Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Splatoon 2 auf der Störwerf und ja warte ganz kurz so perfekt ok ich nehme die Sniper ähm ich hab gestern schon gestreamt, ah ne vor euch vorgestern und ja reifig gesniped so der wird jetzt hier hochkommen genau, wunder perfekt hat er denn nicht gereicht hey ich hab das Gefühl, dass hier irgendwer stresst, ne den hätte ich erwischt hey, der hat doch getroffen egal ok ich werde jetzt vielleicht eine Runde nur zum Beispiel, ich hab keine Ahnung by the way, das glitzert total alles äh ja ich wollte nochmal Sprecher streamen, aber bin am Wochenende leider weg gewesen genau, ich bin wie am Samstag auf ich bin nicht weg gewesen ich bin nicht weg gewesen ja, keine Ahnung hat er seltsam gespielt vielleicht werde ich mir zum ersten Mal verspielen obwohl ich denke länger als zwei Runden auf jeden Fall nicht aber momentan weiß ich es auch noch nicht nein Gott nein Gott ich komme jetzt auf den nicht draufwache das ist so eine Verarsche die alle da hinten bleiben genau Junge, komm doch push komm komm nää, wow wie sich alle da hinten verziehen richtig feige okay hey 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 wow komm stirb, danke sind noch irgendwer einfach mal drauf irgendwie okay 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 ich werde ich komme wieder ein bisschen rein haaa 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 Hilfe äh ja wie gesagt ich habe am, ähm Freitag Blattfest gestreamt wow und jetzt muss ich zurück ja ähm wieso habe ich den nicht erwischt keine Ahnung Sniper Spiel macht Spaß aber ich habe wenig in der Zeit gespielt aber jetzt muss ich ja äh vorgestern für euch ähm streamen lief es ganz gut eigentlich dann zum Ende hin zumindest äh ja mei 4 kills ist jetzt nicht gut aber naja was soll's vielleicht spiele ich nur mit der Sniper vielleicht wechsle ich keine Ahnung und ja ich werde privat noch ähm weil ich werde vermutlich ja ich werde am Samstag nicht mehr rechtzeitig streamen ähm vielleicht spiele ich dann das für mich wirklich auch ein ganz Blatt um 2 weil rechtzeitig zum Splatfest werde ich es nicht mehr schaffen äh am Sonntag meine ich und ja Samstag habe ich ja auch nicht gestreamt dann naja so Korallenviertel hey du 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 ja Korallenviertel mal schauen wie es so läuft ähm ja ich weiß was ich zum ganzen Map Vergrößerungen sagen soll weil ich habe schon öfters ich habe schon öfters ich habe schon öfters dazu gesagt ich finde es ist nicht so super what the fuck wenn jede Map größer gemacht wird aber geht doch Sniper macht halt mega Spaß aber dafür dafür spiele ich jetzt nicht so tryhard äh dafür also macht mega Spaß auch wenn ich jetzt nicht der äh beste damit mit einer Sniper bin nein ich war nicht schnell genug du 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 gut abgetimt Junge. Alter. Wenn man mal jetzt manchmal regt's echt auf. Okay, ähm. Lol. Ich hau ab. Aber auch nicht komplett. Ähm. Hm. Da hinten ist jemand. Oh, hier ist jemand. Schade. Ein Hit. Oh, der versteckt sich hinten. Hi. Ähm. Ähm. Hab ein bisschen streamt. Hab die Schwerprüfungen geschafft am Samstag. Also. Vergessen für mich ist heute Samstag. Also. Ja. Ja. Lol. Als ob es gereicht hat. Du hast keine Tinte. Was ist deine Mission? Er stellt sich da einfach hin ohne Tinte. Why not? Oh. Ich dachte mir so. Der erste, der von oben kommt, wird gesnipet. Aber der natürlich kommt von der Seite. Ich weiß. Das war nicht vorsichtig. Aber who cares. Ähm. Lasst mal da hinbroteln. Vielleicht möchte ich am Sonntag noch ein Stream. Fast hätte ich's geschafft. Ja gut. Ist da natürlich nicht der Seepitagsnebel. Da kannst du nicht viel machen. Ähm. Ja. Vielleicht kommt am Sonntag noch ein Stream für euch. Ich werde es dann unten nicht einfärben. Oh. Ich hab überlebt. Wunder soll's geben. Werden wir da? Okay. Wenn ich's bissl so, wenn ich eher so spiel, dann passt's doch super. Ja. Ich spiel's einfach bissl, bissl mit Sniper vielleicht. Vielleicht letzte Runde noch mit einer anderen Waffe. Aber mal schauen. Die Runde jetzt, würde ich sagen, auf jeden Fall nur mit der Sniper kommt auf an. Wie viele Kills ich hatte. Wenn ich unter sieben hab, dann nicht. Na gut. Acht. Okay. Jetzt hör eigentlich noch null Kills. Das war der eine Typ, äh, der mit dem, hier, ähm, Bandschwapper hier einfach weitergespappt hat, obwohl er nicht mal mehr Tinte hatte. Solide. Na ja. Okay. Dann würde ich sagen, ab in die nächste Runde. Ab in die dritte Runde. Ähm, nächsten Freitag. Turnier. Was für ein Turnier? Wenn mach ich mal eine Umfrage, ob jetzt wirklich Splatoon. Oder ob, ähm, jetzt vielleicht noch, Frage, ob per Dienz, wenn es Duo geht, ob, ähm, sich vielleicht per Dienz Duo gewünscht wird. Oder je nachdem. Einfach mal schauen. Ähm, ja, mal schauen. Naja, ist halt, ist halt zu weit weg. So, kann man nichts tun. Oh. Ernsthaft. Äh, zwei Safe-Kills. Äh, also wenn ich so Safe-Kills nicht bekomme, dann, boah, also dann ärgere ich mich immer wirklich. Junge, wenn ich auf dir. Also manchmal. Hä? Ja, komm, flieht. Hallo? Komm. Junge, die alle mit ihrer dämlichen Ult. Doch, so macht es, wenn man ein bisschen defensiver spielt, kann man ja sogar mit der Sniper richtig viel erreichen. Lol. Wenn man nicht so mega aggressiv, wie ich sonst spiele, spielt, dann kann man ja gut Kills machen mit einer Sniper. Welch ein Wunder. Ah, schade. Auf einmal schon wieder irgendwie drei Kills, drei Kills also geklaut wurden. Oder ich habe einfach nur veraimt, teilweise. Was echt nicht gut war. Öh. Wow. Na gut, Bomben hat nächstes Mal gemacht. Die hat nicht mehr Damage gemacht. Also manchmal wundere ich mich echt. Okay, ich würde sagen, wenn ich sieben Kills also die Runde schaffe, mache ich noch eine. Ehe, es ist sowieso nur so, wenn ich weniger habe, kann ich trotzdem noch eine machen. Wenn ich mehr habe, mache ich auf jeden Fall noch eine Sniper-Runde. Aber einfach nur so. Junge. Ich meine, es ist alles just for fun. Und ob ich jetzt so eine Sniper-Runde mache oder nicht, entscheide ich jetzt endlich sowieso spontan. Oh, da hat er einen Disconnect. Und wenn hier kein Gegner bei mir ist, dann kann ich auch keine Kills machen. Logischerweise. Oh, danke. Okay. Ja, ein paar Kills kommen wir nochmal. Auch wenn jetzt hier leider niemand mehr ist. Schade, ich habe ewig gewartet, um den Safe-Schuss einzugehen. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob unter mir Tinte, äh, meine eigene, ne, unter mir war ja glaube ich nicht meine eigene Tinte. Also, wo ich oben drauf war, aber sonst hätte ich einen Sprung gewagt. Also einen, ähm, Sprung in der Tinte, wo ich ja dann den Sniper-Schuss habe. Den voll aufgeladenen, aber keine Ahnung. Ja, fünf Kills. Ja, hat Spaß gemacht. Ich mache einfach einfach noch eine Runde, auch wenn ich jetzt nicht größten Skill-Runde-Runde habe. Und mein, letztendlich macht es Spaß und da, ja, darum geht's, ja? Und, hey, genau die Hälfte. Ja gut, ja, genau die Hälfte. So, ich sollte es schaffen, dass der Parten um 16 Uhr rauskommt und der Letzte auch um 16 Uhr rausgekommen ist. Oh, nein! Das schaffe ich nicht, dass der um 16 Uhr um 16 Uhr rauskommt. Ups, hehehe. Ihr müsst wissen, es ist gerade 15 Uhr 44. Und ich habe, äh, es war schon geschnitten und es ist aber noch nicht hochgeladen. Lol. Ne, gut. Kommt vielleicht dann um 16 Uhr nach oder so. Passt schon. Oh, nee. Der hätte getroffen. What the fuck? Äh, äh. Also entweder kennt er mich oder... Ja, er freut sich echt sinnlos. Hey Leute, ich bin ein Inkling und ich warte, bis ich... ...nach 10.000 Jahren bombardiert werde. Ich hasse es, wenn man nicht gegen Grange für irgendwas hat. Und zwar egal, was es ist. Oh, du bist ja so... ...skillig. Dann, 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 dann. Ich habe gehört, hier möchte ich jemanden vielleicht Stress haben. Ich gebe schon wieder so viele Leute, ein Hips, ja gut. Hahaha, ich gucke, ich kann Squidbacken, haha, ich kann es eben wie du. Wow. Ich kann nicht weg. Ich will wegspringen und ich komme nicht weg. Das ist schon wieder so ein Moment, da denkst du dir so... ...ich spiel, willst du mich verarschen? Also... ...teilweise... ...gut, dann halt nicht. Naja, nein, jetzt ist ja wieder niemand da, der mich snipen könnte. Klar, aber manchen Runden ist wirklich immer niemand da. Ich bin der Todesniper. Hä? Also, teilweise, wenn Gegner so weit weg von der Bombe sind, kriegen sie gar kein Damage, wenn ihr gewonnen hittet. Wahrscheinlich, ich glaube es auch. Wow, die Bombe bin wieder echt gut geworfen. Genauso wie ich, äh, genauso wie ich es mir vorgestellt hatte. Also, manchmal trifft ihr echt gar keinen Schuss. Ach, komm, ging, ging, weil es einfach zu spielen ist. Ich bin so defensiv. Ja. Was soll man tun, wenn ihr so Todesdefensiv sind? Danke, dass er mich untergeschossen hat. Alles klar. Also, irgendwie hat die Runde ich wieder gar nichts connected, obwohl ich teilweise drauf war. Und... ...vorhin, wo ich so eine Bombe geworfen habe, und die so in der Rage hat es gar kein Damage gemacht. Also, auch nur minimal daneben, aber jetzt werde ich gewonnen. Okay. Logisch, definitiv. Also, ich stand ja in der Bombe drin, hat man gesehen. Ja, das ist so ein Schwachsinn. Ja, darf ich sagen. Hatten wir schönen Tag, macht's gut. Bis nächstes Folge, oder bis nächstes Stream. Ich will mich jetzt vorhin nicht offline noch Fancup-Leiter werden. Und... Ja. Ciao, ciao.